Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Order! Wir haben heute eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Was ist denn los BD? Wieder scannen. Oh, Schnibber! Also die bereiten den Angriff vor, wenn wir wieder rüber marschen. Wir sind gerade auf Kashyyyk, die ihr natürlich unweigerlich erkennen könnt. Kann ich nicht umbringen, okay. Äh, ich habe B gedrückt. Ich kenne den Angriff, du musst doch halt Null, ne? Komm her. Oh ja. Auf. Danke. Den könnte ich jetzt nicht entkommen. Ach komm. Was ist das? Die sind eklig. Ein Wischock. Ein Upgrade. Wie viel Strom kannst du leiten? Mit dem Trafo kannst du die Technik des Imperiums kurz schließen. Okay. Was kann er? Überladen. Maschinen ein und aus. Ah, das ist das, was ich meinte. Versuchen wir's. Das ist das, was ich meinte. Das ist... Der Sch... Ist ja der Wahnsinn. Ich würde gern da drüben hin. Ähm. 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 Das ist gar nicht mehr so einfach. Ähm. Also. Wenn's ein Problem gibt's. Volle Power. Ich muss das Ding überlassen. Okay. Das bewegt sich auch zurück. Ich weiß es noch nicht. Wenn wir so eine ähnliche Sache haben. Wenn wir das machen. Ja genau. Jetzt sind wir ja durch. Okay, okay. Alles klar. Dann geh ich hoch. So. Hm. Hoppala. Direkt. Das kann er aber nicht überladen. Okay. Die werden wir auch noch lernen müssen. Oder äh. Also lernen müssen wir damit umgehen. Ich würde gern hier oben. Auf irgendeine Art und Weise. Und abmarsch. So. Dann gehen wir mal hier raus. So ein Affe, den wir nicht umbringen können. Das fand ich schon mal gut. Wir wissen auf jeden Fall, dass es kein Gegner ist. Und. Ich doppel die Haut. Hopp. Abmarsch. Oh. Was ruckelt das denn jetzt hier so? Okay, wir sind so. Glühbirnchen. Oh, 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 oh. Die machen Peng Peng. Also schön vorsichtig ist hier. Flammkäfer. Fast wie Flammkuchen. Nur halb so lecker. Oh, ich hab schon gedacht. Hopp. Hopp. Ich bin da. Hey, vor uns liegt eine imperiale Harzraffinerie. Was will das Imperium denn mit Baumharz? Nichts Gutes. Sie stellen daraus eine starke Substanz her und wollen die Produktion hochfahren. Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Wir haben eine Karte, die das beweist. Hier, Kumpel. Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf da drin. Wir bemühen uns. Hast du gehört? Er braucht meine Hilfe. Komm, komm her. Okay. Sie haben eine neue Holo-Karte erhalten. Was ist das? Sie sagen, öffne dich. Ach ja. Ist das jetzt der Shotcut? Nein. Imperial. Alter, sieht das geil aus. Entschuldige bitte. Okay. Okay. Also die, die geben sich da unten schon voll den Feind. Ausruhen. Mh. Sohle. Dann. Das ist ja nicht schwer. Was? Also man merkt, äh, falls es noch eine Fähigkeit gibt, ja, es gäbe noch eine. Ist das vielleicht eine Ehe? Komm her, BD1. Oh nein. War das unsere letzte Nahkampf-Einricht? Hier rauf, Beinung. Ich verdammts schluss. Sohle. Was? Was ist das? Scan. Ich kann doch nochmal scannen hier, was? Stimmtruppenkommande. Zum Glück sind es keine Swamp Trooper. Die Masse. Abmarsch. Ich geh erstmal hier an. Einfach, ach so, genau. Mit diesem Echo hier. Ich wusste, dass irgendwas geben wird. Im Kampf gegen das Imperium versteckten sie sich hier. Okay. Nicht natürlich so. Dass man sich vor dem Imperium versteckt, wenn man den Wettbewerbsverlust. Oh. Was? Wir haben den Jedi gefunden. Was? Haltet genügend Abstand. Wir werden problemlos gewinnen. Was? Habe einen Pfeffer erzielt. Und der ist auch weg. Ich bin sicher, wir werden dich bewegen. Was? Ich wusste, dass es verändern würde. Oh. 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 Okay. Das ist natürlich gut zu wissen, dass es hier auch wieder einen Meditationsplatz gibt. Ich würde den natürlich abspeichern. Aber ich würde meine Punkte noch nicht vergolden. Also vergeben. Vergolden tun wir den ja eh nicht. Hopp. Und volles Tempo. Oh, guck mal. Ist ja gut geklappt. Ich warte auf euch. Quatsch. Quatsch. Ach komm. Oh. Nee. Ging doch gar nicht darum. Jetzt. Okay. Bisschen. Bisschen muss man das noch ein- Oh. Oha. Oh. Habe ich mir schon gedacht. Aber. Ich vollziehe den Grön des Imperators. Ich werde dich in Streifen schneiden. Spürst du den Druck? Oha. 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 Jetzt hab ich mir. Puh. Da muss ich mich nicht presentieren. Und das Ruck dazu. Anteil bist du blockiert. Ich kümmere mich drum. So einen Truppler habe ich noch nie gesehen. Du musst die Wookies da rausholen. Los. Bewegung Jedi. Lüftung offen. Los. Perfekt. Wir können durch die Lüftung. Alter, was ein Ding. Aber es hat ganz gut funktioniert. Auch mit den Tritten und so. Und den FPS-Einbrüchen. Meine Güte, ich schüttel den Kopf. Ist ja schade. Meine Güte hält das nicht aus. Oh. Oho. Der ist neu. Aua. Okay. Ich muss den. Halt. Hier. Boah. Okay. Das war ein ekeliger Ding. Ähm. Okay. Nein. Ich muss was dafür doch durch müssen. Wo ist er denn da hin? Versperrt. Kommt vielleicht da vorne hin. Äh. Einmal öffnen. Danke. Komm wieder her. Was ist das? BD1. Ah. Matt. Lichtschwertmaterial erhalten. Oh. Achso. Hier. Guck mal. Haut drüber. Und hoch. Ahja. Oh. Oh. Abmarsch. Danke Biddy. Danke Biddy. Biddy ist ein kleiner Schwungkopf. Oh. Oh. Der gehört mir. Er ist verbundet. Ja. Ich bin fertig mit dir. Ja. Ich kann ihn kriegen. Oh. Ich regle das. Okay. 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 Jetzt ist er weg. Oh. Aua. Ähm. Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich brauche Hilfe. Ja. Oh. Ja. Oh. Jetzt ist er weg. Jetzt kann ich ihn noch scannen erst. Flammtruppler. Okay. Ich weiß nicht was ich freigeschaltet habe. Oh. Jetzt würde ich gerne speichern. Was ist es? Donium. Was ist denn ein Scanner? Was denn? Vielleicht kann Grease damit was kochen. Ah. Essen. Okay. Hopp. Geben in Abmarsch. Hopp. Schnell rüber. Und. Abmarsch. Es gibt nur den Weg. Ähm. Wenigstens sind wir. Was war das? Noch ein gekaperter Cutter. Melde aktiven Cutter am Zellenblock. Benötigen sofort Hilfe. Er bricht durch und zerstört alles. Oh. Ja das ist okay. Das. Hier. Wir werden nicht mehr lange überleben. Die sind alle hier. Ähm. Okay. Nein. Nein, nein, nein. Wir müssen halt irgendwo spielen. Oh. Seid ihr noch am Leben? Jetzt schon. Passt beim Gefängnis. Gut. Wir haben imperiale Notsignale auf dem ganzen Planeten. Holt die Gefangenen da raus sonst. Wir schaffen das. Versprochen. Puh. Haben wir es doch gut hinbekommen irgendwie. Okay. Fähigkeiten bauen. Ich wollte gerne... Ihr wisst ja schon. Das hier. Gruppen verlangsamen. Das finde ich eigentlich immer schon ganz nice. Wenn man die alle verlangsamen kann. Dann erspart man sich ziemlich viel Ärger wahrscheinlich. Soli. Da müssen wir wahrscheinlich hier lang. Nein. Okay. Wir haben es eigentlich ganz gut hinbekommen. Ich beschwere mich mal nicht. Das Ding hier braucht Strom. Also das mit dem wegschubsen hat gerade ganz gut funktioniert. Ist das eine Abkürzung? Abgas und freigeschaltet. Wo sind wir dann? Ach ja. Wir sind dann hier. Perfekt. Ähm. Wahrscheinlich hier hoch. Ähm. Okay. Schon richtig hoch. Eine Wache. Das ist komisch. Das sind alle Spookies hier. Natürlich lassen wir sie raus. Was ist los? Das wird gar nicht drüber diskutieren. Hey. Wir wollen euch befreien. Ihr seid nicht allein. Seid ihr nicht? Oh. Oh. Oh ja. Eins. Eins. Zuerk. Einfach zurück, einfach Hau zurück Boah, schön Der wurde durch die Mitte durchgesehnt Sicherheitsdruiden, so Jetzt will ich aber das Ding hier aufmachen Druiden Das sind nicht wenige, ne? Ähm Ist das nicht dieser Schuh? Oh ja, die haben jetzt alle richtig gut Dann helfen wir den Wookies mal zurück in den Kampf Gute Arbeit Jedi Gerne Ähm Sie da Wir müssen Saw treffen Machen Äh, hoch Sie sind öffentlich Schade Wäre zu schön gewesen Die schaffen das schon Äh Hallo Ah ja Okay Ich fang jetzt so runter Hopp Perfekt Und einfach hoch Also die Kletterpassagen sind so so Oh Gott Der ist weg Ich fang jetzt Bringen wir's zu Ende Wollen wir's zu Ende? Na komm, wir bringen's zu Ende Oh, das war ja jetzt perfekt Das war ja dieser Angriff, den wir ja noch hatten Wenn wir das nur drehen könnten, ne? Ich glaub das ist das Problem Ich kann's gerade nicht drehen Überladen Überladen Während BD das Achja Na komm, drehe ich weiter Hopp Okay Ah, man darf nicht mitrehen Okay Das kann ich mal sagen Hopp Okay, das geht Aber weiter nicht Ne, 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 ne Das muss noch ein bisschen weiter nach links gehen Also da draus steht, wenn wir mitrehen Das geht halt nicht Ähm Wurde was Geht? Ne Ohja, das ist aber jetzt ziemlich viel langsamer Schaffen wir es so? Ne Das schaffen wir so nicht Oder das so? Ne Äh, ich wollt's grad Ah, okay gut Wir verlieren viel zu viel gehen Also auf Jedenfall kommen wir dann auch gut Irgendwie Achja, du kannst aber überladen Und stopp Mal schauen was jetzt passiert Ne, das schaffen wir nicht so weit Ohja, das könnte gut sein Ohja, das könnte gut sein Okay Keine Ahnung Keine Ahnung Überlegen wir uns nochmal Aufbrauch Hier Wir Achso Ja, wir müssen uns aber draufstehen Abmarsch Also Manchmal gibt's ja richtig schöne Lecks mal Die ist versegelt Warum bin ich gleich nochmal hier Also wir müssen hoch Wieder zurück Ich dachte das würde uns irgendwie helfen Naja Gut Oben Oben sind ja auch die Schüsse gerade Also vielleicht müssen wir das doch irgendwie hinbekommen Dass ich das einfach weiterdrehe 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 Ich komm nämlich noch nicht so drauf klar Eigentlich macht das Sinn wenn es sich das dreht So Jetzt dreht sich, dreht sich, dreht sich Jetzt dreht sich Hier Hopp Hopp Okay das Das kriegen wir Ich bin so ein Idiot Entschuldigung Hä? Ach komm Ich bin so ein Honkyboy Das geht Das sind noch ein paar Ich danke dir Eine Raffene Ritze Ich bin so Oh nach oben Wir brauchen die Wookies um es zu beenden Na Eilung Ich krieg Verzerrung Los, los, los Die Tür klemmt Die Tür klemmt Alles klar Oh, hier gibt es wieder so Köpfe runter Ich fließe jetzt Aua Oh ja Oh, oh 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 Aua You Danke. Okay. Eins, zwei, drei und... Ah, Mist. Ich wollte ihn gerade... Okay, dann los. Einmal durchgesägt. Befreie die Wookies. Es werden halt immer mehr. Befreie die Wookies abgeschlossen. Und ich würde sagen, mit diesem jubelnden Beispiel, wenn es in der nächsten Folge geht. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal auf Done. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020